Hallo liebe Freunde des Stroms, schön dass ihr wieder da seid. Auf Instagram habe ich so ein lustigen Reel gemacht und da habe ich ein bisschen Farbe an die Wand geklatscht und ich möchte euch jetzt natürlich zeigen, warum wir das gemacht haben. Das schaut jetzt so aus, damit wir den Zellerschrank setzen können, bevor eigentlich der Maler und der Spachtler da waren, tue ich immer hier hinter dem Schrank vor, weißeln, damit ich Erdung und das ganze Zeug sauber montieren kann. Und damit dann der Spachtler wegen mir nicht aufgehalten ist und da oben dann quasi bei den ganzen Rohren und den ganzen Leitungen hier rundherum arbeiten muss, mache ich ihm dadurch das Lehm ein bisschen leichter. Und dann kann man das ganze wunderbar prüfen und weiterarbeiten. So schaut jetzt das ganze aus bei mir. Können wir auch mal gerne in die Nahaufnahme gehen. Da machen wir jetzt nächste Woche weiter, aber wir gehen jetzt auch mal ins Wochenende, weil irgendwann müssen wir gut sein. Ich wünsche euch auf alle Fälle schönes Wochenende. Macht es gut, bleibt es mal dabei. Servus!